Und er ist weggegangen! Das war eine aufregende Saison. Am Ende, mit etwas Glück, haben wir sogar beide Meisterschaften gewonnen. Und deswegen sind wir überglücklich, nach so vielen Jahren wieder zurück in der DTM zu sein und das Ganze auch mit der Meisterschaft abzuschließen. Aus Herstellersicht ist die DTM als solches etwas Besonderes. Ganz klar, die drei Buchstaben sind magisch und wir sind echt froh, da ein Teil davon zu sein. Ich denke, für den Fahrer ist eine große Hilfe, ein technisches Verständnis zu haben, dass man es braucht, um Setups zu evaluieren, um den Ingenieur zu verstehen, was er dann macht und tut, dass du als Fahrer das verstehst. Umso besser kannst du dich auch während des Rennens auf Probleme einstellen oder auf andere Gegebenheiten. Also es hilft auf jeden Fall, wenn du die Technik dahinter verstehst. Man muss dazusagen bei dem Motor, dadurch, dass der schon so lange dabei ist, so viel entwickelt wurde. Aber trotzdem, die Technik zu verstehen, hilft immer. Er kann das Setup so auslegen, wie er es möchte, in jedem Detail. Und von daher ist das für die Fahrer auf jeden Fall etwas Besonderes. Bei uns geht es hauptsächlich um das Setup, was wir immer sprechen. Aber natürlich auch im Motorverhalten. Es muss alles zusammenpassen. Die ganze Technik und der Fahrer müssen eins werden. Und ich versuche es da aus dem Auto und aus dir, die beste Kombination herauszuholen. Also mit dem Motor habe ich schon seit 2008 zu tun. Und ich baue jetzt seit drei Jahren den Renn GT3 159. Wir machen den in zwei Phasen. Wir bauen erst den Rumpf auf und dann ist die zweite Phase, wo wir so weiterbauen, dass die Köpfe drauf kommen. Und dritter Schritt ist jetzt, wo wir sind, Saugrohr drauf, Einspritzdüsen reinstecken mit dem Kabelsatz, komplettieren, Saugrohrdeckel, Oberteil drauf, Saugrohrdeckel drauf und dann wird die Plakette draufgeklebt und dann ist der Motor komplett. Das ist brutal im Motorsport. Die ganzen Bereiche und wie viele Spezialisten dahinter sind und dass das dann alles zusammenarbeiten muss, faszinierender wird, muss man echt sagen.